Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier heute in Roblox Story und wir gehen in die Schule. Hallo meine Schüler, willkommen in der Roblox Schule. Ich hasse Schule. Ja, ich auch. Was ist denn mit ihm? Willkommen? Was war das? Was ist denn mit dir los? Will ich in die Schule gehen? Naja, wir gucken uns erstmal an. Hi, lasst uns jetzt starten. Okay, ich verstecke mich im Spind. Schaut euch erstmal ruhig die Schule an. Oh ja, hier ist ein schöner Unterricht. Hallo. Ich will ein bisschen Unterricht machen. Let's go. Okay, okay. Oh nun, guck mal, das liebe ich an Roblox. Hier sind immer... Oh, ein leckeres Stück Pizza. 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 Einfach ein geiles Stück Pizza. Ich würde sagen, wir gehen auch mal hoch zu den anderen. Ich hab... Hallo Studenten. Kommt in Klasse 3a. Okay. Ich bin auf dem Weg. A3, nicht 3a. So, da setzen wir uns mal ganz schnell nach ganz vorne. Dann kriegen wir auch alles mit. Ich sollte lieber die Pizza wegpacken, bevor ich noch Ärger kriege. Okay, setzt euch hin. Wir fangen gleich mit dem Unterricht an. Ich freue mich. Let's go, Unterricht. Lasst uns starten. Okay, womit fangen wir heute an? Heute reden wir über Naturkatastrophen. Oh je. Hoffentlich kommt jetzt keine... Was... Was ist das? Äh... Roxy sagt's auch schon. Wartet hier. Ich werd das checken. Okay. Äh... Ich glaub, sie sollten uns vielleicht nicht alleine lassen. Ähm... Wollt ihr nicht vielleicht alle hier bleiben? Vielleicht lieber? Und... Äh... Ich bring euch... Was bei... Eins plus eins sind neun. Lassen wir uns checken, was da... Äh... Äh... Ich will nicht. Ich will lieber lernen. Surprise. Wir haben Pizza Party today. Okay. Da kann man nicht nein sagen. Ich hab sogar schon ein Stück Pizza gefunden. Ah, Pizza. Pizza, Pizza. Ich will Pizza. Oh, ich will auch. Lass mich damit ransetzen. Mh, lecker. Pizza. Mh, Pizza, Pizza. Hehehe. Mh, lecker, lecker, lecker. Okay. Dann... Lass uns mal... Bisschen gucken. Ich hab leider nicht aufgepasst, was er gerade gesagt hat. Ah... Was ist das schon wieder? Ich glaube... Ich bin so froh, dass so meine Schule nicht ist. Äh... Finde... Finde den Schlüssel für A2. Oh mein Gott. Bitte lass uns nicht den Schlüssel für A2 finden. Der ist wahrscheinlich in dem Raum, den wir gerade eben gesehen haben. Oh, ihr redet alle falsch. Hehe. Ich kenn das also. Finde das Buch. Hm. Ich glaube, die anderen sind doch richtig. Haben die das wohl schon mal gemacht? Hallo? Wart ihr schon mal in der Schule? Ich glaub, die würden mir sagen, dass ich mitkommen soll. Ich komm mit. Okay, danke. Danke. Okay, wo müssen wir hin? B1? Und hier ansetzen? Okay. Du unterrichtest? Okay, ich pass auf. Wo willst du hin? Okay. Hey, ich bin jetzt total verwirrt. Was müssen wir machen? Einfach... Hey, lol. Guck mal, einfach eine Wand. Mach einfach auf eine Wand. Einfach ein leerer Raum. Das ist bestimmt der Sportunterricht oder so. Einfach nicht. Hier sind einfach Steine als Schule. Okay. Und hier. Oh, ich hab den Schlüssel gefunden. Dann nehmen wir den doch direkt mal mit. Ich will den Schlüssel haben. Hey, ich hab den Schlüssel gefunden. Hey, ihr habt ihn nicht gefunden. Als es war so offen. Ich glaub, das war ein riesiger Fehler. Okay. Okay. Wir haben 30 Sekunden. In dem Portal oder... Ah, sie werden mich... Ah, okay. Geh weg. Hilfe. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Also, wenn ihr... Genauso Panikatet wie ich, schreibt es mir in die Kommentare. Oh, mein Gott. Okay. Ich hoffe, ihr alle wisst, was ihr machen sollt. Oh. Wahrscheinlich durchs Portal gehen. Okay. Da ist... Oh, ihr könnt hier rüber gucken. Hehe. Lul. Okay. Hier sieht es gut aus. Okay. Jetzt gleich nach links, glaub ich. Wir sind die schnellsten Renner. Wir stellen den Rennrekord auf. Sie kommen. Okay. Ja. Ja. Von den Zombies hab ich echt Angst. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Ah. Einmal... Einfach einmal hier lang. Ah. Ich hoffe, wir finden den... Oh. Ich glaub, hier ist falsch. Ah. Ich hab berührt. Lass uns... Lass uns hier weg. Hau ab. Ich glaub, er ist zu böse. Ah. Okay. 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 Ich glaube, wir sind richtig. Ich hoffe, wir sind richtig. Wir sind in das Portal. Wo sind die anderen? Kommt her. Ich brauch eure Hilfe. Ich schaff das nicht allein. Ach, Mann. Okay, okay. Wir haben es geschafft. Ich fähre das Portal. Wir haben 35 Sekunden gebraucht. Dann haben wir nochmal 35 Sekunden hier bei ihm. Guck mal, er hat seine Maske falsch rum auf. Du brauchst doch links weiß und rechts schwarz. Dann hast du eine Seite schwarz, eine Seite weiß. Oder du hast dich komplett falsch angezogen. Und warst ein bisschen verwirrt. Ich, 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 ich sehe gut aus. Ich, 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 ich sehe gut aus. Okay. He, 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 he. Okay. Noch 7 Sekunden. Und dann kommen die anderen. Ich hoffe, ich hoffe echt, dass wir das schaffen. Aber ich denke schon, wir sind doch die Story über Lebensprofis. Okay, kannst du mir helfen? Wir brauchen... Okay. Ich glaube, es ist coming. Das ist Troy, okay. Hilf deinem Lehrer. Ich helfe meinem Lehrer. Denn ich will eine Eins auf dem Zeugnis. Und die kriege ich nur, wenn wir ihnen helfen. Wahrscheinlich in unserem... Nein, in unserem Klassenzimmer ist niemand. Vielleicht in den anderen Klassenzimmern? Okay, hier ist auch niemand. Ah, ich weiß wo, ich weiß wo. Wahrscheinlich in den Raum, den wir gerade eben gefunden haben. Hehe. Komm, jetzt die Lehrerin da. Bist du nicht? Okay. Äh, ich würde sagen, das ist nicht richtig. Dann gehen wir einfach mal hoch. Mal gucken, unten haben wir alles. B4. Im Stein... Hallo, einmal ins Steinklassenzimmer bitte. Stein, Klassenzimmer. Hehe. Habt ihr auch so Steine bei euch im Klassenzimmer? Also, ich hab das nicht. Mein Klassenzimmer hat auch mehr als zwei Stühle. Hallo Lehrerin. Hallo? Das ist ein Monster. Oh je. Das ist ein Monster. Äh. Es ist schon wieder alles dunkel. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Äh. Ich bin hier. Oh nein. Oh nein. Wer... Wer bist denn du? Oh. Wir sind eingesperrt. Oh nein. Hehe. Oh man. Wie kommen wir hier raus? Ist hier irgendwo ein Loch? Wir brauchen Hilfe. Da hast du recht. Wir brauchen aber sowas von Hilfe. Wir wollen doch hier raus. Wo sind die anderen alle? Äh. Okay. Es ist nicht... Es ist nicht real. Du musst den Ausgang finden. Wach auf. Okay. Ich denke mal, dass das wieder Ausgang sein wird. Oh Gott. Okay. Du brauchst einen Hammer. Da oben steht auch irgendwas. Auch Hammer. Okay. Ah. Ich bin jetzt ziemlich unsicher. Oh je. Okay. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Guck mal. Wir sind hier einfach. Äh. Einfach. Guck mal. Aber wir haben Hammer mitgenommen. Aber wir haben Speer dabei. Hehe. Sehr gut. Okay. Dann machen wir das mal auf. Okay. Das sieht so aus. Sobald ich es nicht aufmachen können. Dann machen wir einfach das auf. Ich würde das alles weg machen. Ich kann schon durchgehen. Sehr gut. Oh. Da sind wir noch König drin. Wir müssen nicht mal stehen bleiben. Wir schaffen das. Die grauenhaften Lehrer. Wir werden einfach abhauen. Okay. 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 Das werde ich nicht schaffen. Okay. Okay. Aua. 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 Wir sind so schlecht. Wir müssen das schneller machen. Und dann wird das easy geschafft. Ihr wisst doch. Wir sind normalerweise die Obby-Könige. Und jetzt sind wir auch die Story-Könige. Nein. Ach Mann. Wir sind doch die Story-Könige. Warum kriegen wir das nicht hin? Obby und Story-Könige. Okay. Nein. Und schon wieder. Weig. Wir kriegen das, glaube ich, nie hin. Okay. So. Wir müssen einfach. Ich glaube, wir sind die schlechtesten Roblox-Spieler der Welt. Einfach mal ein Ripp für mich. Einfach mal Rippchen für mich in den Chat. Schreibt einfach mal alle unten in die Kommentare Rippchen. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir können abhauen. Wir haben die Leiter. Let's go. Wir müssen weg. Okay. Jetzt können wir auch das da oben mit dem Hammer kaputt machen. Sehr gut. Ich bin einfach der Obby-König. Einfach der Obby-König. Der Story- und Obby-König. Dann nehmen wir uns mal den Hammer. Und hauen ab. Oh, da hinten ist schon das Licht. Wir werden es schaffen. Ihr habt keine Chance. Wir hauen ab. Einfach ab. Oh nein. Und hier sind schon wieder so Kerker. Okay. Wir nehmen jetzt einfach unseren Hammer. und machen das kaputt. Okay. Wir müssen hier durch zwei, drei, vier, fünf Ausgänge. Oh je. Okay. Okay. Das ist der Ausgang. Nein. Das ist der Ausgang. Okay. Wir haben noch vier, zwei Sekunden Zeit. Wir müssen hier schnell raus. Ah. Es ist hier sogar jemand hinter uns. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind im Himmel. Okay. Wir haben es geschafft. Du denkst, das war der Ausgang? Ja. Das habe ich gedacht. Ha, 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 ha. Das war nicht das Ende. Okay. Ah. Das war dein Ende. Ah. Bitte. Ich will nur raus. Ich mache auch meine Fingerhossaufgaben. Aber ich habe noch den coolen Hammer. Ich werde eine coole neue Schule bauen. Oh nein. Da ist er. Der Böse. Das ist alles nicht so real. Du musst aufwachen. No. Okay. Sie will sterben. Ich werde dich umbringen. Wer ist das dahinter? Die Lehrerin. Du rettest uns. Renn. Los. Renn. Okay. Ich renne. Nicht glaub ihr nicht. Du siehst auch schlafen. Ich will dir helfen zum Aufwachen. Okay. Nimm das Buch. Und spricht Zauberspruch. Don't touch this book. Also passt das Buch nicht an. Okay. Nein. Wir rennen. Wir glauben der Lehrerin. Wir hauen ab. Wo müssen wir hin? Okay. Ich fülle einfach weg. Ich vertraue der Lehrerin. Folg mir. Ich folge dir. Ich habe Angst vor ihm. Er war mir schon die ganze Zeit suspekt. Du gehst mir zwar wieder Hausaufgaben. Aber Lehrer wollen eigentlich immer was Gutes. Ich liebe Lehrer. Wir müssen aber noch gar nicht in den geheimen Raum. Guck mal. Da hinten ist die Polizei. Hi. Okay. Going on. Was geht hier vor? Monster. Okay. Oh. Okay. Ja. Bist du dir sicher jetzt? Also bist du dir sicher? Lass es mich checken. Nein. Check es nicht. Er ist da oben. Das ist nicht das Ende. Ich hoffe doch. Bitte. Gut. Ende. Wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Wir haben das Böse besiegt. Wir haben auf die Lehrer gehört. Die Lehrer sind das Beste. Hoffentlich kriegen wir jetzt Hausaufgaben frei. Dann würde ich sagen. Haben wir es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss.